Wir liefern zum Vilaher Saubermacher eigentlich die ganzen Paletten an Abfälle, wo es so anfällt, Bauschutt, Alt-Holz, Dell-Holen, Sturz-Holz. Ich bin sehr zufrieden mit der Dienstleistung der Vilaher Saubermacher vorrangig, mit der Unkompliziertheit, mit der Hilfsbereitschaft etwa der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Abladen oder auch, dass ich hier mit Karte zahlen kann. Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist mir besonders wichtig, deswegen bringe ich die Abfälle auch hierher, damit sie entsprechend fachgerecht und richtig entsorgt und recycelt werden. Mir ist bei der Abfallentsorgung wichtig die fachliche Kompetenz, die da bei der Vilaher Saubermacher gegeben ist, den Hinten-Dekor und Kompostemaden hier abholen kann und auch, dass das Samstag zu erfittbar ist. Im Grund und Ganzen sind wir eigentlich sehr zufrieden mit dem Vilaher Saubermacher. Die Leute sind freundlich, es ist alles sauber rundum. Es passt eigentlich, das Gefühl, wenn man da Sachen uploadet, das passt. Das ist immer mal wieder. Bis zum nächsten Mal.